Und wenn ich da drücke, dann sehe ich nichts. Jetzt nimmst du schon auf, die rote Lampe. 18. Ich nehme also jetzt auf und das ist jetzt das Silvester-Skatspiel. Gerhard ist gerade dabei, abzuzocken. Bei 18 steigt er aus. Daddy hat mir gerade erklärt, wie diese Videokamera funktioniert. Guck mal, diese Karten, da wollen die da nicht 18 sagen. Ich kann nicht erkennen, was es ist. Ist es richtig? So, jetzt schwenke ich hier. Kleiner, kurzer Schwenk. Halten Sie die Luft jetzt an. Atmen Sie jetzt weiter. Atmen Sie jetzt nicht, bitte. Dieses dort, dieser... Und hoch. Du gehst gar nicht ganz auf die Kamera, Carola. Das weiß ich. Wo ist denn dieses Hundefieh hier? Schau mal da oben, da oben. Schau, guck ich da oben. Dicke, schau mal da oben. Ach, guck. Oh, Steffi, schau mal hier. Steffi, schau mal in die Kamera. Schauen Sie jetzt. Und lächeln. So, Mann, der ist wirklich verschwommen. Ist das richtig? Kann ich das nicht richtig erkennen, was ich hier aufnehme? Was rausst du mir jetzt? Ich brauche noch einen großen Teller. Esst du hier oben schon Pizza? Ja. Leider. Und Schatz, mein Schick? Papa, schau mal ganz kurz. Ist dein Kind schön? Ja, Papa. Papa. Gib mir ein B. Gib mir ein Acht. Und wenn ich aufdrücken, zudrücken würde, den schwarzen Knopf? Tschüssi. Nein, dann wieder den roten. Auf Wiedersehen. Ich muss wieder gehen. So, ich bin jetzt berechtigt, hier zu filmen. Okay, das ist schon gut aus, was hier da ist. Schau mal, Anke, was gut aussieht. Endlich filmen, Anke, bitte, bitte. Die Kinder haben hier eingedeckt. Ich sehe zwar, wie sagt überhaupt nichts. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir müssen mal einen Schick schminken. Die Kinder haben sich eine Pizza gemacht. Oh, das sieht gut aus. Machst du jetzt einen Dokumentarfilm? Ich mache jetzt einen Dokumentarfilm. Hallo. Lächeln Sie bitte ganz freundlich in diese Kamera. Ich glaube, ich zittere. Das wird ein wunderbarer Videofilm. Hervorragend. Wo ist die andere Köchin? Köchin? Hallo. Schauen Sie jetzt. Schauen Sie jetzt. Sehr schön. Ich habe mit der Pizza nicht mehr zu tun, als dass ich sie hier reinschiebe. Die haben die Kinder nämlich ganz alleine gemacht. Toll. Die sieht wirklich gut aus. Das schaut so appetitlich aus. Ich kann nicht, das kann ich sagen. Guten Appetit, Kinder. Danke gleichfalls. Wenn ihr nachher esst. Jetzt muss ich nur aufnehmen, dass die Kinder jetzt anfangen zu trinken. Sie wollen Saft, Apfel. Nein. Weiß, nein. Saft, Apfel trinken wir jetzt. Genau. Und Sarah wollte was trinken? Rotwein. Ah ja. Ah ja. Das ist Traumsaft. Traumsaft? Wer macht den Vorkosten? Ich, ich, ich. Ich bin immer von der Sophie. Sarah. So, bitte schön. Gut. After eat. After eat. Jetzt richtig. Jetzt ist das Foto. Jetzt ist das Foto. Jetzt hat man auch der Ecke. Jetzt hat man 40 Schokobananen. 40 Schokobananen. 50? 40? Nimmst du wieder das Übel, dass ich den Mann gerade wieder Kuss habe, aber der Kuss war weg. Das ist dann zufällig. Weiter. An sich. Schau mal. Schau mal. Ja. Du bist so gut, dass du hast du mal wieder. Oh, Gott. Oh, Gott. Hättest du die vorhin mal gesehen? Oh, Maria. Oh, da war es ein Johann. Johann. An, mir graut vor dir. Gretchen, wie hältst du es denn mit der Religion? Hi. Dein fliehendes Kind. Das war ja sie. Ich kann ja nichts dafür. Meine Mutti hat mich so gemacht. Nein. Da war aber auch noch ein Mann dabei. Nein, das glaube ich nicht. Haben die Sex gemacht? Wie die... Die Augen sind wie von der Jasmin. Ja, ist sie. Wer ist Jasmin? Jasmin ist die von Aladdin. Aladdin. Aladdin Jasmin. Ist das die Wunderlampe? Jasmin die Wundersame. Die Wundersame. Ich habe mehrere Feuerzeuge noch mit. Wenn ihr jetzt alle nebeneinander sitzt, dann sitzt ihr wie die Hühner auf der... oder? Ja. Wo ist denn das große Kind eigentlich? Wir sind die verrückten Schwestern, ja? Also sie ist verrückt und ich bin von unschulend Engel. Ne, bin jetzt normal. Und schauen wir uns das dann nachher an. Nachher wird sie sich das schon anschauen? Äh, 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 sieh jetzt erst den Karpfen, äh, den, die Forelle. Ja. It's for me and you, let the dream come true. Was ist denn das für ein Sender? Schön. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Antenne Bayern oder Bayern 3. Gute Lieder. Hier, schau ein kleiner Tisch noch dazu. Sechs Leute, eins, vier, vier, sechs. Schick mal. Hanna. Mein Vater mit den Riesenbusen. Eine neue Tagödie auf RTL. Jeden Mittwoch. Seht ihr die begeisterten Kinderaugen? Geh aus. Weil da meistens, meistens im Knie drinnen hinten ein Bänder ist. Bänder, mein Zopf. Ja und ich habe eh was, das sollte halt ein Banko werden. Halsband oder so was. Kann man nichts machen? Ihr seid so gut. Unglaublich. Das ist ein wunderbarer Partner. Ist das jetzt meine Karte? Ja. Und die sind auch noch anders. Und drehen. Da schaust du mir und hierher und nicht zur Mama. Gut. So. Gut. Du bist ja. Wie ist das? Ja, weiß ich. Wiederholt es nochmal, Hanna, rede. Fuß. So ein Schuh. Weißt du's? Ist nicht leicht. Klumpfuß. Was ist denn das? Klumpfuß weißt du was das ist. Weißt du's? Wenn du's nicht weißt, hast du Pech. Wir sind mit Reden dran. Was war's? Maria durch den Dornwald ging. Am Baum gibt es was, was fällt dir ein? Teile vom Baum. Na dick ist es meistens, dick ist es meistens. Na dick. Weiter unten. Baumstamm. Das zweite. Sag es mal nochmal. Das zweite. Baumstamm. Ja. Und im Kopf drin, im Kopf drin hast du was? Gehirn. Das zweite nur. Was? Das zweite nur. Sag mal nochmal das Wort, was du im Kopf drin hast. Ein Gedichtnis. Ein Gehirn. Ja. Und jetzt sagst du das erste Wort. Ja. Was wir uns gemerkt haben. Ja. Vom Baum das. Stamm. Stamm. Und jetzt das zweite Wort. Ja? Darmhirn. Ja. Was auch immer das ist. Stamm. Spielpunkt hier. Das hat's gewogen. Ja. So viel fängt mit Blau an. Und mal Nuss. Warte mal. Ich wirklich weiß es nicht. Lass. Geht? Ähm. Und jetzt. Los. Aber jetzt. Jetzt weiß es nicht. Geburtsam. Ja. Hat sie schon Einladung geschrieben. Hat sie schon Einladung geschrieben. Ja. Hat sie schon Einladung geschrieben. Hat sie Einladung geschrieben. Na Minki. Weiter bei Minki. Ja. Weiter Pistole. He. Weiter Sticker. Und du. Wie ist hin? Spaß. Ja. Guck. Herr Boller. Wie viel? Ähm. Wissen nicht. Mach ihm mal die Augen frei. Drei. Haha. Das war einfach. Nein. Nein. So einfach war es auch nicht. Ja. Hat sie Spaß dran Minki. Da hab ich mich hier gewusst. Was ich mache. Du alte Pistole. Ich trage es halt. Ein feiner. Ja. Ich habe mal so einen schweren. Ja. Ja, das ist wirklich schwer. Oh, warte, warte, warte. Und jetzt, nein, ihr braucht die Zeit. Gerhard ist nicht so schnell. Na ja, doch, doch. Doch, doch. Kriegt sie einmal einen Ball? Kriegt sie ihn. Und tschüss. Nicht so lange. Und, tschüss. Ist das ein Ball? Ein Lampion. Ein Kreis. Eine Lampe. Wasser. Eine Blume. Bälle. Erde. Erdkugel. Äquator. Erd. Längengrad. Breitengrad. Ja. Gut. Breitengrad. Sechs. Was ist ein Breitengrad? Und das dauert. Ey, was ist ein Breitengrad? Die Erde unterteilt in der Globus. Die Erde in der Laufung. Gut. Gut gemacht. Dann sagt sie jetzt. Dann soll... Dann soll... Muss sein? Ja. Kommt. Gut. Sehr gut. Oh, hervorragend. Sie hat das. Vier. 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 Ernst. Vier. 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 Schaut sein, kleiner. Vielen Dank. Schauen wir mal, wenn du das fährst. Du passen lieber auf, passen lieber auf. Nein, wir kommen, wir kommen. Schleiche. Katze. Wie darfst du es jetzt sein? Schwimmkatze. Tauchkatze. Fischkatze. Meerkatze. Ja. Vier Punkte. König der Löwen und Meerkatze. Was? Wie viel ich habe? Vier, vier. Aber wie süß. Schwimmkatze. So. Leider, wenn wir so da sind. Okay? Geht schon. Geht schon. Weißt du schon? Den hatte er drei Wochen verschickt. Ja. 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 Die Entste. Die Entste. Die Entste. Die Entste. Die Entste. Und ich bin Löwen. Sie sind gerade dabei. Und der Gäste. Ich kann mich auf dem Eckartus. Applaus, Applaus, Applaus Applaus, Applaus, Applaus Applaus, Applaus Applaus, Applaus, Applaus Sie lassen sich gerade scheiden. Was für ein Kaffee? Sie lassen sich gerade scheiden! Marathon! Das ist ein südamerikanischer Akzent. Können Sie einen Kaffee? Ja bitte! Unbedingt! Das bleibt ja auch 95. Das war Spaß! 98! Das Böse ist immer und überall! Nein, ich habe gerade abgebrochen. Alter, Alter! Daddy komm näher! Komm näher Daddy! Fotografier das glückselige Gesicht meiner Frau! Komm näher! Mach einen Schwenk! Und jetzt mach dieses angefressene Gesicht wieder! Carola! Sei so richtig bearscht zum Conny! Effenberg erlebe hoch! Jawohl! Das war der Blick den ich sehen wollte! Noch einmal! Ich weiß gar nicht was sie hat! Ich verschweiß doch nicht! Seid ihr jetzt vollzogen? Wir haben vollzogen! Wir haben vollzogen! Wir haben vollzogen! Ich versuch WHEN!